Ich habe es hierher verfolgt, zu einem Mitglied aus Josephs glücklicher Familie. Er hat es hier irgendwo versteckt und da kommst du ins Spiel. Ich werde unseren Mann herauslocken. Dann kannst du ihn zu seinem Versteck verfolgen und mir dieses Band besorgen. Wenn du das für dein Land tust, dann wird dein Land ein kleines Sektenproblem für dich lösen. Wir sind da, folge mir. Das ist jetzt so, dass irgendwas Clown-Film wird. Jetzt stehst du zu Fuß. Aha. Das ist jetzt irgendwas Clowns für ihn. Wenn ich das jetzt nicht verstanden habe. Er lockt ihn raus, nicht so was für den Typen Clown. Okay. Ich habe mal einen Albino Schneeleoparden in Kürat gesehen und habe das wunderbare Tier sofort erlegt. Hm. Weil du eh einen Schneeleoparden erlegen kannst. Das ist ein anderes Erzählen. Ich brauche Zugriff auf die Ausrüstung in diesem Turm. Beseitige diese ganzen Weltuntergangshippies für mich. Okay. So, jetzt warte mal kurz. Da habe ich letztes Mal was gepeilt und mit dem Jäger. Wie kriege ich die Rot-Gelb-Violet? Die brauche ich. Die brauche ich. Warte mal. gewählt. Das ist Einzelschluss, das ist mir schon klar. Das ist voll. Was ist das? Keine Ahnung. Ah, okay. Gut. Äh. Okay, mein Hund hat so gut wie alle markiert. Markiert? Ich will nicht entdeckt werden wegen dir jetzt, Kollege. Komm, du musst die nur markieren. Das mache ich. Also, ich versuche es halt. Hä? Was zur Hölle? Ich habe nichts getan. Ähm. Was geht hier gerade ab? Ich habe besser gesagt, warum geht hier gerade was ab? Die haben den Köter gefunden. Oder bei mich haben sie nicht gefunden. Das kann gar nicht sein. Hey, ich verstehe es nicht. Wen zu... Ich schieße auf irgendetwas anderes. Ich habe keinen Plan, auf was die geschossen haben. Jetzt schieße sie auf mich. Okay. Aber vorhin? Was? Ja, das ist ein Köter. Mein Köter. Was ist mit dir eigentlich? Ach so, Willis. Dein Ernst? Die schießen auf ihm? Ich habe dich entdeckt, du Behinderte, oder was? Alter, ey. Hört, scheiß auf Stealth. Wieder mal. Ich wollte eigentlich Stealth machen, aber egal. Leck mich. Bäh. Ich hänge irgendwo. Okay. Alter, ich brauche unbedingt Kohle und dann scheiß, 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 das ist Katastrophe. Aber ich weiß auch nicht, sehen die den Köter oder nicht? Ich verstehe es nicht. Wen haben die jetzt gesehen? Die haben die Willis gesehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und wenn ich auch nicht ganz weiß, wie ich diese scheiß Pflanzen bekomme. Ich muss echt hier genau gucken, ob irgendwo ein violettes, gelbes und rotes ist. Ernsthaft? Violettes, gelb-rot. Mama mia. Ist das hier was? Nee. Kann ich nicht letztes Mal irgendwie hier was aufsammeln? Oh. Da, da, da. Okay. Papa-Notiz. Mr. Strickland. Alles ist aufgebaut. Wenn die Sekte ihre Farm angreift, sagen sie Bescheid und ich nehme die Seilerutsche ganz bis runter zum Versteck und helfe ihr hinaus. Wir müssen einander drückenfrei halten. Die Seilerutsche. Irgendeine Seilerutsche geht genau zum Versteck. Dann gibt's sie noch. Mission. Achso, der Nosse, das Bett ist nass. Ich wiederhole, das Bett ist nass. Wer ist da? Woher hast du diese Frequenz? Keine Zeit für Erklärungen. Euer Bunker ist aufgeflogen. Ihr müsst schnell da raus. Verdammt, ich will bei Boyd's Haus. Schicke mir einen Hubschrauber, ich kümmere mich darum. Ihm nach der Beauty. Folge dem Helikopter zu Boyd's Haus. Lasst das Ziel einsteigen. Was? Okay. Und jetzt? Warte. Ja, was denn? Da ist der Helikopter, ja. Wenn du einen Wingsuit hast, kannst du von Tom springen und ihm folgen. Wenn nicht, gibt es da ein ATV, das du benutzen kannst. Und jetzt los. Digga, ich hab kein... Plan, was du von mir willst. Wo ist ein ATV? Was ist das? Das hier damit. Halt die Schnauze. Ich glaub mal, das Quart ist das ATV. Ja, der Helikopter entkommt. Das kannst du sicher sein, dass der entkommt. Oh mein Gott, das kann doch scheiße ausgehen. Fahr, Junge, fahr. Werfen da ein, ich scheiß drauf. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Das ist voll, voll ungewohnt, wenn ich alles allein machen muss, wenn nichts angezeigt wird, wo. Shit. Ah, ja, okay. Der Idiot mit einem Knüppel kann jemanden kalt machen. Spionage ist es, was uns vom Tier unterscheidet. Wenn ich halt was sehen würde, wann der einsteigt. Was ist denn zum Teufel? Ist er jetzt schon eingestiegen? Jetzt ist er eingestiegen. Er sieht mich, 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 er Das ist beruhig dich, alter. Das ist ja schön. Das ist scheiße schnell. Ja, das ist ja schön und gut für dich, Kollege. Aber ich habe hier ein anderes Problem. Der Typ entkommt bald. Und ich kriege hier bald einen Anfall mit dem Scheiß. Die ganze Zeit war nur ein Helikopter entkommt. Die ganze Scheißzeit. Es ist nicht so einfach, wenn der Typ fliegt und ich nur fahren kann. Okay, Deputy. Jetzt ist es doch Zeit für den Knüppel. Verdünnisier dich nach der Landung. Wir suchen nach einer Kopie. Wahrscheinlich ein VHS-Tape. Ich bin auf dem Weg zu dir. Halt es für mich bereit. Sicher das Versteck. Aha. Aha. Das ist so ein Boss-Typ, der halt wieder viel laus und scheint, okay. Bleibt jetzt der Helikopter da? Was ist jetzt? Du gehst jetzt hier hin, weil ich habe keine Ahnung, ob die dich gesehen haben oder nicht. Töte Sekten, VIPs und Widerstandsfunk zu sagen. Ja, keine. Töte Sekten, VIPs. Jo. Die Question ist jetzt nur... Ob das alles sind und sie irgendwo... Kann man die irgendwo was nehmen? Irgendwo was zum nehmen? Äh. Sie niemals die zwei. Niemals. Oh Mann, ey. Ja, was zum... Geh nachschauen, komm. Oh, verdammt. Hm. Schon mal gut. So. Noch der Wichser. Und hoffentlich der letzte Wichser. Oh Mann. Äh. Wer zieht da raus? Ich frage es mir, kann ich vielleicht mit Tekton jetzt in einem Stück erledigen? Oder... Weil ich wirklich mehr, dass ich erledigen kann. So, einfach mal froh. Da ist irgendwo einer, okay. Komm schon, vielleicht mit Tekton. Ah, mit Tekton kriege ich ihn down. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Kann ich die Axt auch nehmen? Kann man die Axt auch haben? Das wäre zu geil. Die zwar nicht. Hat der da... Shit. Hat der da getreten? Ob es fliegen kann? Natürlich. Ist klar, Kollege. Ist noch jemand hier? Ja. Shit, alter. Ja. ja tja wo ich hätte einmal kinder nicht du da toll also der welt und rags kackern aufhören der nacht der sieht mich das sieht mich das sieht mich das ist noch ein wirklich verarscht wir sind hier ja dann geht man in your face so ich habe kein plan ob dort alle waren ok wo komme ich jetzt wie viele das vhs tape im bunker ist im bunker das liegt abgestoßen gar nichts auch nicht schlecht da liegt ich sehe mir was aha hier gab es ein gemetzel wie wir jetzt einfach mal so sagen kohle 70 dollar das ist fucking zu wenig ich hoffe dass es hier auch so ist wie den anderen teil dass man einfach zu viel zu viel kohle hat und nicht mehr weiß wohin damit ich hoffe es aber bis jetzt kommt mir nichts davor kompromat dimitri du hast die einzige noch existierende kopie des bandes die es auf der ganzen welt gibt wir verstecken dich mitten in der höhle des löwen in amerika im nordwesten haben wir eine kleine gruppe religiöser extremist gefunden sie sind bewaffnet aber nicht allzu sehr das sollte die perfekte teilung sein um diesen cia-attentäter abzuschütteln der hinter dir her ist verhör dich ruhig bis wir wieder in kontakt aufnehmen wenn die jetzt ernsthaft mit cia-attentäter hier will ist das ist kein cia-attentäter das ist kein cia-attentäter das ist ein cia-typ aber ernsthaft vorteilsheft was nice aha vorteilsheft ja hallo geile ding cool i like it ich will hefte ich will ohne ende vorteilsheft was hilfe ich würde ganz gerne hier die energieanzeige und so das immer sehen nicht nur ein paar mal das wäre schön wo zum kuckuck ist es hier ich hab's ok und jetzt ab nach ab nach haus wollte ich schon sagen ab nach draußen oh shit oh shit oh shit ich hab was gehört irgendeine autos gekommen irgendeine autos gekommen ich hab's oder es ja ich Vielen Dank.